Hurra! Hurra! Es läuft, denn sie sind ja drei Freunde, die zusammen gespielen, hier, hier, hurra! Ob sie fluchen oder lachen, sie sind lustig, was immer sie machen. Ob am Boden oder oben, ja, der Teufelskreie, das sind sie, das sind sie. Ja, der Latte und der Robofox mit den besten fetten Valerios. Und sie ölen die Motoren, um die Gegner damit zu versohlen. Können sie starten, lass dich raten, ja, der Sieg, der ist nicht weit und fährt. Denn die beste Mannschaft ist sie. Wir gingen durch das Tal dunkler Schatten. Doch nun sind wir zurück. Der Streifen am Horizont, der Silberstreifen, die Sonne, die langsam wieder hervorkommt. Willkommen zurück zum Rocket League Sunday. Und diese Folge wird ganz bestimmt richtig episch. Herzlich Willkommen, Robofox und Lato. Auf geht's! Hey! Aber was für ein episches Intro, Valerios. Hammer! Bevor du episch gesagt hast, wollte ich schon episch selber sagen. Ja, ich weiß nicht. Deine schöne Ansprache mit dem Silberstreifen am Horizont hat mich inspiriert aus der letzten Folge. Und, ja, das ist schön. Wir inspirieren uns hier gegenseitig. Ja, ja, nicht nur auf dem Spielfeld. Wir müssen uns auch gegenseitig mit guten Leistungen hochschaukeln. Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Und, ähm, von daher, ich suche direkt mal ein Spiel. Kommt, Jungs. Wir müssen vorher noch klären, du kannst nicht mal natürlich suchen. Ähm, wir machen es ja jetzt irgendwo so, dass wir immer uns eine Aufgabe vornehmen. Was machen wir diesmal? Wieder ein Sieg, jeder mindestens ein Tor? Ja, ein Sieg ist schon mal gut. Was, aber so ein Sieg, der Rest ist Rahmenbedingungen. Weißt du, so, oder? Ein Sieg, jeder ein Tor und ein weiterer zwei Tore. Oh, ja, das kriegen wir hin. Das ist easy. Das ist easy, kein Problem. Okay, ich bleib hinterher. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich boosten. So. Ich boosten. Ich boosten. Ich bin boosted. Okay, dann. So, ein bisschen gestört. Ich Valerius. Achtung. Ich Valerius, ich kaputt machen. Mann, die klauen mir alle den Boost hier. Ich hau ihn vor das Tor. Schön. Also irgendwie, ah. Also in Richtung des Tores. Ich berühre den... Ich berühre den Lato. Nein, geht noch. Falsche Richtung. Aber Robo ist da. Sehr schön. Das ist Spiegel verkehrt. Nein, ich bin... Nein. Ach, Menschenskin, ey. Manchmal würde ich mich selber bestrafen. Boah. Ah. Oh, shit. Da waren wir zu... Also da waren wir zu offen. Aber der hat ihn natürlich auch gut gemacht. Ja, ja. Der hat ihn schön hochgespielt, ne. Das war echt gut. War schön... Hat schön noch eine gute Distanz zum Ball gehabt. Genau, genau, genau. Und hatte so damit echt mega Zeit zu fliegen. Ich fahre. Einer von euch. Okay. Alles. Lass mich in Ruhe. Boxt mich doch nicht weg. Schön. Okay. Ich brauche einen Boost. Ich brauche einen Boost. Wer hatte den Ball denn jetzt gerade gehabt hier? Valerius, hast du den berührt? Ne, eigentlich nicht. Glaube ich zumindest. Schön. Ach. Schade. Die waren da alle gerade so in der Gegend. Oh, der ist super. Immer schön berühren den Ball irgendwie. Hauptsache der fliegt anders als wir denken. Genau. Auch von oben runtergebrocken. Also das stört wirklich, das stört wirklich immer ungemein, ne. Wenn man den Ball nicht berechnen kann, ja. Ja. Ja, man schmeißt es so auf. Uah! Boah, da kann man mich nicht mehr dran, der Robo. Oh, Alter, das war... Mann, ey, der Schuss war echt, echt gut. Oh, holt ihn. Oh, nein. Ach, schade. Lado, schauber. Ach. Nicht richtig präzise gespielt. Das war uns da gut abgesprochen. Ja, abgesprochen war es ja auch nicht so richtig. Wir haben es eben gesehen. Abgeklatscht. Nein, nein, nein. Ach, der mit. Der mit, der mit, der mit. Okay, okay. Sehr schön. Sehr schön. War sehr gut. Auch nicht. Haut ihn weg, haut ihn weg. Ja. Ich bin im Tor. Okay, aber jetzt wieder... Ach, da kommen wir hier aber echt nicht mehr dran, ey. Oh, nein. Der hat mich da weggeschubst. Okay, halt jetzt. Langsam geht mir der Boost aus. Oh. Jetzt ist er weg. Naja, aber noch nicht ganz aus. Oder nie so richtig, ne? Ne, ne, ne. Die wollen es jetzt wissen. Oh, Mann. Die machen extremen Druck, aber wir schlagen uns echt gut. Aber wir sind noch da. Wir sind noch da. Oh, Lado, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, oh. Das war dumm. Oh. Ja, das war dumm von mir. Oh, Mann. In den unteren Ligen hat das gut geklappt, dass du den dagegen haust, dass er weg ist. Aber darauf warten sie. Aber guck mal, der Dark Cobra, der macht doch alles alleine. Das stimmt allerdings. 480 Punkte, ey. Ich bin auf der Linie. Das stimmt. Das ist mir auch gar... Das ist eben gerade... Äh. Da gar nicht... Oh, sorry. Sorry, ich hab dich gar nicht... Gedacht. Gesehen. Nicht gedacht. Ja, der Dark Cobra scheint gut zu sein. Der fährt auch klug. Boah, ey. Jetzt hört doch mal auf. Dark, geh doch mal essen oder so. Mach mal Pause. Schön, Lado. Ich wollte aber früher da sein. Oh, nein. Sorry. Wir haben T geformt. Wir haben Tetris gespielt. Ja, aber der ist zu weit. Ja, der Dark Cobra, der fährt schon wieder... ... vor das Tor. Nein. Ja. Oh. Schön über dich geflogen. Sehr schön. Schnell, hol das Ding weg. Oh, Mist, ey. Zurück. Ich bin im Tor. Okay. Ach. Was war das denn schon wieder? Da. Sehr gut. Oh, der kriegt... Oh, nein. Aber... Valerius, ich hab ihn dir gelassen. Ach, Mann. Ach, Mist, da wollte ich mal ins Dribbling gehen, aber irgendwie hat das nicht... Oh, er hat Glück, dass er den verpasst. Sehr schön. Puh. Okay. Oh, nein. Hier, irgendwie... Der kommt fast so... Oh, scheiße. Schade, dass da gerade niemand war. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sehr schön. Nicht mit mir hier. Oh, Mann, ey. Oh, das ist so schwer, das einzuschätzen, finde ich. Also, es fällt mir echt... Aber guck mal, die anderen beiden, die treffen... Die treffen die auch nicht. Also, es ist nur der Dark Cobra. Na, und der ist gerade auch mal daneben gefahren. Einmal. Nein. Das war dumm. Boah. Gut, Lato. Das war gut, das war echt gut. Schon wieder vorbei hier? Ja, ja. Könnt ihr nicht mal 10 Minuten Matches machen? Boah. Nein. Boah. Hat das auch noch geschafft, ey. Hat das auch noch geschafft, ey. Hat das auch noch geschafft, ey. 3 zu 0, ey. Alles. Ja, das hat Babsi aber auch gut gemacht. Ich dachte eigentlich, der Winkel ist zu spitz. Ja. Den hat er echt schön reingelüpft. Babsi. Mit den schönen Helden. Eieieiei. Ja, naja. Hat er gut gemacht. Aber war auch gut. Oh nein, ich bin jetzt nur Prospekt Elite. Oh nein. Vielleicht kriegen wir jetzt einfache Gegner. Aber guck mal, was das für Ränge waren von den anderen. Das waren dreimal so ein Schild, ne? Ja, ja. Das wäre fast so wie wir. Ja, der eine ist wieder Dark Cobra, der... Weil ich ja noch Gold war. Naja, das ist auch... Guck mal, der Dark Cobra hat... Der ist schon mal ein Stück besser noch, muss man sagen. Und der hat halt zwei schnelle Tore gemacht. Und dann ist das Spiel ja auch ein ganz anderer Verlauf. Der hat gut verteidigt. Der hat vielleicht ein oder zweimal einen Fehler gemacht, so. Wo er dann mal vorbeigefahren ist. Aber sonst war echt stark. Starke Leistung von ihm. Aber okay, das kriegen wir hin. Wer will? Ich bin im Tor. Wir gehen einfach beide drauf. Achso, achso. Wir gehen einfach beide drauf, weil da hat die Rückwärtsgeisterin. Ja, das kam zu spät. Nein, schön. Aber ich sag immer wieder, bei der Map kann man, glaube ich, entweder voll gewinnen oder voll verlieren. Ich war schon mal nach hinten. Ach. Nein. Ich bin im Tor. Oh nein. Ich bin halb im Tor. Drecksball, Drecksball. So. Wie alle hier vorbeispringen. Wunderschön, wie ihr das gemacht habt. Das war halt einfach Kombi. Eine Kombination. Gut, Robo. Okay, okay, ist hier. Oh nein. Ich hab den sogar noch berührt. Ah. Wie? Ich hab den berührt gerade. Hast du ihn wieder geblockt? Nein. Hast du ihn gerade gemacht? Ich hab nur den angekratzt. Es hat nicht gereicht. Achso. Hast du ihn gerade gemacht? Ich habe nichts dergleichen getan. Und dieses Wort. Was ist eine Beleidigung? Sehr schön, Valerius. Scheiße, der geht rein. Nein. Nein, nein, nein. Falsche Umstände. Nein. Nein. Nein, Lato. Das geht's dann, ey. Boah, was machen wir denn da? Lato, guck dir das doch mal an. Letzte Woche. Ist das schon wieder die letzte Woche? Nein. Da hab ich ja. Ja, Mann, ey. Du weißt vor zwei Wochen. Nein, also die letzte Folge. Achso. Da hast du doch auch einen selber reingemacht. Ja, ja. Das gehört zum obligatorischen Spiel dazu. Aber guck, die Grütze, die wir da eben gemacht haben, ey. Oh, scheiße. Dieses Spiel macht mich fertig. Es macht mich fertig, ey. Wirklich. Einfach zu lustig. Es soll nicht lustig sein. Wir müssen gewinnen. Oh nein. Ah, der geht da daneben hoch zum Glück. Ich hab gedacht, der geht rein. Sorry. Boah. Den lingert der den auch noch. So. Gut, Robo. Boah. Boah, dieses... Ach, Mann. Diese Kante ist so... Dieser Höhenunterschied ist so... Ey, gehst du bald? Ey, gehst du bald. Habt den gar nicht richtig gesehen gehabt. Mist. Mit dieser Kante kann man echt nicht kalkulieren, finde ich. Du auch? Hä? Hast du auch einen Tor? Ja, ich hab auch einen Tor schluss bekommen. Ich hab dir ja gleichzeitig den Ball berührt. Nein, der kommt... Boah, Mann. Ich steh noch da. Ey, ein Tor, ne? Sehr schön. Ui, 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 ui. Also die Map mit dieser Erhöhung ist echt... Ist echt nicht leicht, ne? Schwierig damit zu kalkulieren, finde ich. Also... Ah, du musst das Geo-Dreieck halt gut anhalten. Und dann? Ja. Das wär so schön, wenn das jetzt ein Tor holt. Raus damit, raus damit! Was? Ich glaub, genau in der falschen Richtung, ey. Könnt ihr gleich wieder sehen, so... Lato stand einfach... Warte, 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 ja... Achtung! Nicht nochmal reinhauen! Egal, wie ich's gemacht hätte, der wär reingegangen. Egal, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ey, ich will ja nicht sagen, ne, aber es hat noch nie einer von uns ins Holz gemacht. Das stimmt. Unsere Ziele... Sind die jetzt wirklich schon zu hoch? Ich hab ja gesagt, Rahmenbedingungen. Einer macht ein Tor. Wir haben ja noch ein Spiel danach. Ey, ich würde auch sagen, das Spiel ist hier noch nie vorüber, ne? Das stimmt. Vor allem, weil halt auf der Map... Alter. Auf der Map ist alles möglich, ne? Ja, das war ziemlich schnell. Super, weil man... Man macht ja einmal so einen kurzen Boost und dann war's das ja eigentlich schon. Oh, Mensch. Ich dachte, ich wär vorbei, ey. Und nur noch frei aufs Tor zu. Leider nicht. Ich wollte den Rahmen, ey. Ich wollte meinen... ganzen Hass... Boah, scheiße, ey. Mann, ey. Ey, diese Bälle sind auch... Ich weiß nicht, wie ich die verteidigen... Wie die verteidigen sind. Das ist nach wie vor das Problem. Den hätt ich kriegen können. Also... Ich hol'n Ball. Okay. Alles klar. Oh! Oh, das wär ja krass. Das wär ja geil gewesen, wirklich. Oh, wie hättet ihr den bekommen? Mann, Mann, Mann. Die Map ist kacke. Oh, was für eine Rettung. Immerhin eine Rettung gekriegt. Oh, Volleyball. Nein. Gut, Lobo. Hey, ja. Gut, Lobo. Gut, Lobo. Gut, Lobo. Quasi die... Die japanische Version. Ja, das stimmt. Oh, der rollt rein, der rollt... Oh. Mann, diese Ratte. Diese Ratte. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Diese Ratte, das ist ein Fuchs. Jeder sagt Rate dazu. Ja. Zu meinen Bildchen. Na ja. Gut. Gut. Das ist ja auch nicht die offizielle ESL-Map. Ja, genau. So, ich... Sag mal, ich such dir... Ey, vier Rettungen, Valerius. Halt mal. Alter. Seid mal kurz ruhig. Seid mal kurz ruhig. Warte. Ja. Muss ich sagen. Vier Rettungen. Hammer. Danke. Das waren auch meine einzigen Punkte. Gibt eine Rettung 100 Punkte oder 50, glaube ich. Ey, von in der kleinsten Runde und die größte Runde. Also echt. Wobei, es gibt 20 und 50 für Parade. Befreiung ist 20. Und Befreiung... Parade ist 50, Befreiung ist 20. Zählt aber beides, A ist Rettung, glaube ich. Oh, habt ihr den gesehen? Der kann nie. Der kann nie. Der kann ein bisschen zu hoch. Ja, das ist wirklich ein langer Weg hier, ne? Wie soll man sich denn da gewöhnen? Erst vom langen ins kurze. Ja, ihn habe ich mal weggerammt. Der fliegt immer noch. Nein. Oh, sorry. Oh nein. Jetzt hau ich ihn auf. Nein, und der verlängert ihn. Nein, 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 nein. Oh, hey, danke. Danke, danke, danke. Der war fast in die Hose gegangen. Oh, schade. Oh, nein. Ey, die können nie. Die können nie. Ey, die müssen wir... Komm. Die verlängern die Zelle. Die müssen jetzt hier unseren Ziel holen. Hier, ich habe nicht geboostet. Danke, danke, dafür habe ich... Oh, nein. Alter. Hat sogar als Torschuss gezählt. Man, wie gemein ist das denn? Ich dachte, der ist drin. Das war voll gut. Ich habe einen Haufen Volli-Treffer so in den letzten Matches. Gut, Robo. Äh, Lato. Äh. Sehr auch immer. Einer von euch hat es gut gemacht. Ich habe keinen Boost. Und ich habe es verkackt. Ich auch. Ich aber vom Feindsten. Der hätte sowas dran drin sein können. Wirklich, ey. Ich sage ja. Abschlüsse und so, ne? Ey, ja, Abschlüsse. Realschule, Abitur. Oh, ey, die können nie. Ey, wir müssen das hier gewinnen, ne? Ey, die sind so schlecht. So schlecht wie wir, meinst du? Ich habe das alles gemacht. Das ist jetzt auch keine Glanzleistung hier. Wie, nicht? Nein. Oh. Mann, ey, die machen... Die machen aber... Was machen die? Oh, au. Not gegen Elend, Alter. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt hier. Ich spring von einer Richtung nach dem anderen. Nein. Ey, habt ihr den Schuss noch gesehen? Der hat ihn gerade so bekommen. Wir müssen das jetzt gewinnen hier, ey. Ach, Mann, ey. So. Action. Okay, komm. Action. Ich hole, ich hole, ich hole. Ich hole mir Boost. Ich bleib hinten mal. Ah, schön. Immer nach vorne gebolzt. Ah, das anderes kann ich da rutschen machen. Schön. Schön. Ach, Mann, er hat mich weggehauen. Ja, sonst hätte ich ihn gekriegt wahrscheinlich. Oh, nein. 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 Shit. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin sprachlos, ey, wirklich. Könnt ihr mal bitte überspringen? Ich will mir das nicht mehr ansehen. Ja, wirklich. Okay, ich bin Lidia. Ich mach jetzt Rage-Modus hier. Ey, aber noch sind noch zwei Minuten. Und der kommt auf dem Roller-Modus. Boah, ey. Ich hab'n. Oder. Oh, sorry. Ja, ist, äh. Sorry. Ich muss mein Field of View irgendwie erweitern. Gibt das eigentlich bei dem Spiel? Dass man das machen kann? Oh, ich glaube, ja. Ich, ja. Also du kannst die Kamera auf jeden Fall editieren. Ja, auf jeden Fall kannst du machen. Was ich auch gemacht habe, ähm, wurde mir... Oh. Nein. Nein. Ja. Oh. Nein. Boah. Katastrophe, ey. Ich komm nicht klar. Was machen wir hier, ey? Was machen wir? Komm jetzt, hier. Oh, nee. Nee, hau. Ja, jetzt, 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 jetzt. Oh, ja, hau. Oh, ja. Komm rüber. Warte mal, ich guck mal fix nach, ob es den Field of View gibt. Ja, ja, gibt es. Äh. Kannst du es auf jeden Fall ganz, ganz weit weg machen, die Kamera. Ja. Geht weiter. Äh, Arthur. Bin schon da, Arthur. Nicht, Arthur, nicht. Ja, 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 ja. Wir wollen hier gewinnen. Guck jetzt, wie wir das Chefs Field of View. Ach, ich fasse das. Ja, war wohl jemand von... Komm schon. Oh, Mann, ey. Leck mir rein. Oh, leck mir rein. Gut. Eine Minute noch. Sehr schön. Ja, voll geleckt. Voll geleckt. Ja, aber wie? Oder wie, oder? Ja. Ein Leck hat uns geleckt. Ja, guck mal. Ja, war dir richtig geleckt, Alter. Oh, Mann. Das war der mit seinen 72... 72... Ach, entweder... Das kann ich an seinem Ping hängen, oder? Nein. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Warte, ich fahr. Ich geh auf die Linie. Ey, wir haben die eine Aufgabe. Einer muss zwei Tore machen erledigt. Ja, immerhin. Und wir können es noch schaffen. Ähm. Okay. Okay, der... Okay. Ich bin grad ein bisschen angestrengt. Ach. Würdest du den hier nur ungern verlieren? Ähm. Boah. Wenn man sich gerne mal unsichtbar machen würde, gerne. Ich bin Linie, ich bin Linie. Ich... Du bist Linie. Sehr schön. Okay, okay. Ich fahr in der Mitte. Kurz und schnell... Ah, nee. Schnell kommunizieren. Ich Linie. Ich Linie. Oh. Das war jetzt aber hier eine heiße Nummer hier, Valerius. Ja, ja. Das... Voll der heiße Draht. Hehehe. Der heiße Draht. Nein. Oh. Oh, sorry. Ja. Oh, okay. Ey, wir haben Nachspielzeit, das Ziel. Nachspiel. Valerius, hol. Hol dir den mal. He, he, he. Achtung, das. Oh Gott. Ich hab's versorgt. Oh Gott. Nein. Oh, ja. Oh. Ich bin auf der Linie. Jungs. Raus. Rausrücken. Gut. Einer hat ihn. Jawohl. Weg damit. Weg damit. Ey. So ein Boost. Ramm mich. Ramm mich. Ich bin ganz konfus. Mann, 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 Mann. Du bist ganz Konfuzius. Konfuzius. Konfuzius sagt, wir müssen das Spiel gewinnen. Hehehe. Schön. Der ist richtig weit raus. Ein hoher Ball. Konfuzius sagt, ein hoher Ball ist ein guter Ball. Oh. Schön, Nato. Ich sag schon fast nichts mehr. Oh, ja. 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 Ja, Valerius. Alter, was ein Tor. Ich hab, ey, ich hab, hier hab ich die Ballkamera ausgemacht und ich hab nur nach Gefühl. Oh, super. Mit dem Gefühl bin ich gesprockt. Huh. Guckt alle bei Valerius rein in die Folge. Das müsst ihr sehen. Äh. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil du siehst ja den, ähm, du siehst ja den... Den Kreiser. Oh, schön synchron. Ja. Ey. Lian, wir lagen 2-0 hinten und wir haben das Ding gewonnen. Boah. In Ehre. So. Ah, ja. Ach. Ja, war doch noch ein netter Abschluss. Knapp, aber super, ne? Wenigstens ein Spiel war echt gut, ey. Ja, ja. Ne, also ich find auch, dass wir... Wie gesagt, guck mal, wir sind nicht so... Also wir haben schon unsere Defizite auf jeden Fall. Gerade so bei den hohen Bällen und wir machen halt noch viele Fehler, dass wir halt dem Gegner viele einfache Tore gewähren. Aber das sind noch Sachen, das kriegen wir noch hin. Klar. Sicher doch. Wir müssen es positiv sehen. Ähm, also das letzte Spiel hätten wir echt gewinnen müssen. Ja, ja, ja. Das haben wir auch jetzt zum Glück noch gewonnen, weil die Gegner waren richtig, richtig, richtig mad. Bad. Richtig, ja. Gleich schon von Anfang an gesehen. Und dann 2-0 hinten, naja. Meine Güte. Naja. Ging ja alles gut, ne? Aber wir haben es ja noch gerissen. Nice. War echt wieder schön, mit euch zu spielen. Ja, find ich auch immer wieder... Halt mal, Lado, hattest du nicht auch ein Eigentor wieder gemacht? Nee, glaub nicht. Oder war nicht jetzt wieder, weil wir hatten doch erst gesagt, wie in letzter Woche? Weiß ich gar nicht. Also ich erinnere mich jetzt nicht so krass wie letztes Mal. Sonst könnten wir wieder sagen, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Einen Sieg, jeder hat ein Tor und einer hat zwei Tore. War bestimmt so. War bestimmt so. Ja, wird bestimmt passen. Schön. Wieder mal geschafft. Endlich. Jetzt erst mal wieder eine Woche warten. Bis die nächste Demütigung auf Video festgehalten ist. Ja, ja. Also wirklich. Ja, so schlimm ist es ja auch nicht. Gut. Es war wieder sehr schön. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zugucken. und Kommentare schreiben vielleicht auch. Ja, da freuen wir uns immer. Auf jeden. Also euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche zu Rocket League Sunday. Macht's gut. Bis dann. Ciao.